Wir werden anfangen. Willkommen an alle. Ich werde mit einem stillen Gebet beginnen. In den letzten paar Unterrichtsstunden hatten wir über die Identitätskrise gesprochen. Wir wissen mehr oder weniger, was es verursacht hat. Ich glaube, dass die Menschen ihre Studie machen können und sehen, wie diese verschiedenen Themen unsere alte Identität herausgefordert haben. Diese Liste ist nicht vervollständigt. Wir wissen mehr oder weniger, wann sie angefangen hat. Wir haben die Symptome davon gesehen. Wir haben uns die Gefahr der Identitätskrise angeschaut. Wir haben uns die Vorteile betrachtet. Dass wir, wenn wir uns als erstes die Identitätskrise angeschaut haben, dass wir sehr entmutigt waren. Wir können sehen, dass wenn wir das Thema näher anschauen, dass es da sogar mehr Vorteile hat. Oder nicht so viele Nachteile, wie man es zuerst gedacht hat. Lisa ist mit dem Gedanken, wie kommen wir da wieder raus. Wir wissen, dass wir uns kurz vor dem Sonntagsgesetz befinden. Wir wissen, dass wir durch die Charakteristiken der Wegmarke Wissen wir, dass diese Krise bald enden sollte. Wir sollten unsere Identität wiederhaben. Identität bedeutet, dass wir ein Ziel haben sollten, eine Mission. Wir sollten wissen, was unsere Aufgabe ist. Wir sollten wissen, zu was wir gehören. Und wer wir sind. Und das wird unterschiedlich sein zu dem, wie es vorher war. Und mein Vorschlag ist, so haben wir die letzten Unterrichtsstunde beendet, was, um, ja, how do we deal with the identity crisis. Wir haben ja darüber gesprochen, wie gehen wir mit der Identitätskrise um. Wir können Lektionen daraus ziehen, wenn eine individuelle Person sich in einer Identitätskrise befindet. Wir können diese anwenden. Wir sollten die Erfahrung akzeptieren. Wir sollten uns an den Linien der Bewegung festhalten. In anderen Worten, gebt nicht auf. Und wie wir erwähnt haben, tut die Mitternachtshoch-Botschaft die Krise verursachen. Und somit wird es auch die Lösung bringen. So, der Vorschlag auf dieser Seite ist, Wenn wir uns nochmal die neue Identität betrachten, dann würden wir uns die Mitternachtshoch-Botschaft betrachten. So, Leute mögen denken, dass da dieses großartige neue Licht kommt, welches uns sagen würde, wer wir sind und was wir tun sollen. Vielleicht werde ich darüber korrigiert werden. Mein Vorschlag ist, dass wir wahrscheinlich zurückgehen müssen zur Mitternachtshoch-Botschaft und besser zu verstehen, was es uns eigentlich lehrt. Wir haben es hier im Unterricht gesehen. Wir haben ein Thema angeschaut. Und wir haben uns herausgefordert, was lehrt es uns? Welche Lektionen sollen wir daraus nehmen? Und ich glaube, die Erfahrung ist, dass wir mit mehr Fragen aus der Klasseunterricht schon herauskommen, als wie wir eingegangen sind. Und wir haben dies hier mit nur ein paar einzelnen Themen gemacht. Und wie ich gesagt habe, diese Liste ist noch nicht vervollständigt. Also, mein Vorschlag ist, dass der Mitternachtshof auch die Lösung bringen wird. Und vielleicht müssen wir auch tiefer graben und es von einer mehr komplexeren Art und Weise betrachten. Und ein Vorschlag ist ebenfalls, dass, wenn es hier endet, dass da kollektive Taten sein werden. Eine Sache, die wir, es scheint zumindest so, in den letzten Jahren verloren haben. Okay. Wir haben den Unterricht hier beendet. Mit einem Gedanken, den ich denke, es wertvoll wäre, diesen nochmal aufzunehmen. Es gibt Fragen innerhalb der Bewegung, welche scheinen unbeantwortet zu sein. Oder es scheint, als ob viele Leute diese Fragen hätten. Welche Teil der Krise scheinen zu sein. Und wir haben noch nie diese Finger auf diese Fragen gehalten. So, wenn Leute willentlich sind, mitzumachen, Dann denke ich, dass es gut wäre, wenn wir uns fragen würden. Was sind die Fragen, zu denen wir keine Antworten haben? Was sind die Fragen, die Antworten benötigen? Gabriela. Gabriela. Two things that came to my mind is the Sabbath and radical feminism. Also zwei Sachen, die in meinen Kopf aufkamen, sind die radikale Feminismus und den Sabbat. Also wir haben den Sabbat. Wir haben radical Feminismus. Und wir haben ebenfalls den radikalen Feminismus. Aline hat auch radikaler Feminismus gesagt. Möchtest du noch etwas weiteres darüber sagen? Nein, es ist 2. Nein? Noch nicht. Nein, noch nicht. Was noch? Welche Themen haben wir ebenfalls noch? Gabriela. 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 Wir wissen nicht, was es bedeutet, unseren Nächsten anzubeten. Also wir haben Sabbat, radikaler Feminismus. Katja sagt, wo und wer sind die Leviten? Katja sagt, wo und wer sind die Leviten? So we are asking ourselves the question. Also wir fragen uns die Fragen. What are the questions in the movement which needs answering? Was sind die Fragen in der Bewegung, die Antworten brauchen? Questions where we know, if we would know what is right and wrong or what it is, then we wouldn't be in a crisis. Wenn wir genau wissen wüssten, zu den Fragen, die Antworten, dann würden wir uns nicht in einer Krise befinden. Okay. Why are we not going to the Netherlands, for example? Why are we not going to the world to evangelize? Wieso gehen wir nicht zu den Tempeldienern oder zur Welt, um zu evangelisieren? Ich weiß, dass Leute dazu neigen, zu sagen, wieso keine öffentliche Evangelisation? Und ich würde jetzt vorsichtig sein, damit sie sagen, keine evangelisation. So Raquel ist just commenting. Raquel tut gerade einen Kommentar machen. Und sie sagt, I would add to Katja, where and who are the Nephenims? Ich würde noch zu Katja hinzufügen, wo und wer sind die Tempeldiener? Ich denke, das ist die Frage zusammen mit Gail. Where and who are the Nephenims? Would it tie in with what you say? Wo sind die Tempeldiener? Das würde zusammenpassen mit dem, was du sagst. So we take the Levites and the Nephenims. Also wir nehmen die Leviten und wir nehmen die Tempeldiener. Was verstehen wir darüber nicht? Because we certainly know who are the Nephenims. We know it's people in the world. Wir wissen, wer die Tempeldiener sind. Wir wissen, es sind Leute in der Welt. But what do we actually not understand about this subject? Aber was verstehen wir denn eigentlich nicht über dieses Thema? Oder was tut uns Probleme verursachen? Gabriela? Gabriela? I think one of the things that worries us is the fact that we are not the ones that will be harvesting them. Ich glaube, etwas, was uns besorgt, ist, dass wir nicht die Leute sind, die sie ernten werden. Because it seems like, for a long time, all along the way, we were kind of like preparing ourselves to do that. And now we are not going to do it in a way. Wir haben bis jetzt immer nicht gedacht, dass wir es selber machen müssen, uns leben lang vorbereiten müssen. Und jetzt merken wir, wir müssen es gar nicht machen. Also wenn wir jetzt den Finger in den Wunden stecken wollen, was ist unser Problem? Not being the heroes of the story where we are going out to save these people, I guess. Dass wir nicht die Helden sind dieser Geschichte, dass wir diese Leute erretten werden, sozusagen. Oder, ja, erretten werden. We are not the heroes. Also wir sind nicht die Helden. I was thinking of the other, we had a question and that's how we phrased it the other day. Also wir hatten eine Frage und wir haben die anders gesagt gestern. It's like, do you save others or yourself? Tun wir andere retten oder uns selber? Would that be putting the finger in the wound? Wäre das, dass wir den Finger in die Wunde stecken? So, a question we have. Also eine Frage, die wir haben. Do you need to save yourself? Muss man sich selber retten? Also sich selber retten oder andere? So, I'm putting right away in the record. Ich schreibe jetzt direkt hier auf, zeichnen. I understand that question to be. Wie ich verstehe, was diese Frage bedeutet. It is not about the personal testimony from a day-to-day basis. Das ist hier nicht um dieses tägliche Zeugnis geht, dass man sein soll täglich. Sondern es geht hier um das Kollektive. So, we as a collective entity go out to the Nethanims. Also gehen wir als eine kollektive Einheit zu den Tempeldienern. The Levites. Den Leviten. In other words, saving others. In anderen Worten, andere zu retten. Okay. More. Mehr. We have an online comment. Wir haben online Kommentare. Do these people, the Nethanims, need to accept Jesus as their Savior? Müssen diese Menschen, Tempeldiener, Jesus als Erlöser annehmen, um gerettet zu werden? So, Carla, maybe you can respond. Carla, vielleicht kannst du antworten. Is the question, for me to understand it better, is the question about accept that the Nethanims need to accept Jesus as their Savior? Also, Barbara, äh, Katja, dass ich es besser verstehen kann. Geht es darum, dass sie Jesus... Or is it about them having to accept the Sabbath? Dass sie Tempeldiener, äh, Jesus als Erlöser akzeptieren müssen, oder geht es hier um den Sabbat? And eventually more. Und vielleicht sogar noch mehr. If you could clarify. Wenn du das klarifizieren kannst. Was sagt sie hier in Portugiesisch? Okay. So, basically, do Nethanims have to be baptized and be part of the movement? Also, grundlegend müssen, äh, Tempeldiener getauft werden und ein Teil der Bewegung werden? Or can they be saved outside and apart from this movement? Oder können sie, ähm, sozusagen, gerettet werden außerhalb dieser Bewegung? Could you confirm, Carla? Könntest du das bestätigen, ähm, Carla? Okay, so, um, how would we call that salvation apart from this movement? Also, wie würden wir das nennen, äh, die Erlösung getrennt von dieser Bewegung? What are, what is she saying? Was sagt sie hier? Was sagt sie hier? Was sagt sie hier? Also, we're not sure how the investigative judgment works. Also, geht es darum, dass wir uns nicht sicher darüber sind, wie das Untersuchungsgericht stattfindet. So, I understand, Carla has a question about the investigative judgment. Sie hat eine Frage über das Untersuchungsgericht. So, I will take a screenshot of our conversation. Ich werde einen Screenshot machen über unsere Konversation. And I mark it here. Und ich markiere es hier. That we come back to it. Dass wir darauf zurückkommen. Wir werden es nicht vergessen. So, I'm going back to now, what Katja, she has another comment. Also, ich gehe jetzt zurück, was Katja gesagt hat. Sie hat noch einen anderen Kommentar. Also, unser Problem ist, dass wir nicht wissen und keinen Auftrag haben. Yes, that is true. This is what we constantly were pointing out. Ja, das ist wahr. Das haben wir bereits die ganze Zeit aufgezeigt. On the same time, why are we in this crisis, that we say we don't have a mission? Wieso befinden wir uns in dieser Krise, dass wir sagen, wir haben keine Mission? I think part of the problem, Ich denke, ein Teil des Problems ist, that we don't have a mission is, because we don't know now, what's going on with the Levites and the Nethanims. Dass wir jetzt nicht wissen, was, er geht vor sich mit den Leviten und den Tempeldienern. So, up till recently, Bis vor kurzem, We considered, yeah, maybe we're not going to harvest them. Haben wir betrachtet, dass wir sie vielleicht doch nicht ernten werden. But since a while, if you remember, Aber seit einer gewissen Weile, vielleicht könnt ihr euch erinnern, We went, the priests went through their harvest. Sind die Priester durch ihre Erntezeit gegangen. And then we knew, we would move on to the harvest of the Levites. Und dann würden wir wissen, dass wir beide gehen zur Ernte der Leviten. And we were already thinking, okay, how is this going to look like? Und wir haben bereits gedacht, wie wird dies wohl aussehen? Leute, die jetzt unserer Studiengruppe beitreten, sind das jetzt Priester oder Leviten? Und wir waren eigentlich ruhig darüber, das ist zumindest das, was ich verstanden habe. Und wir haben versucht, sozusagen, business as usual einfach so weiterzumachen. Also, obwohl wir erst vor kurzem diesen Finger in diese Wunde gesteckt haben. It's at least two years that we're having this problem, okay, what's our relation to the Levites and Nethanyms? Es ist seit mindestens zwei Jahren, wo wir dieses Problem haben mit den Tempeldienern und Delviten. And this not knowing, this loss of direction, this not knowing how to handle it. Und dieses Verlieren der richtigen Richtung, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und das wird noch hinzufügen, was ist unser Auftrag, was müssen wir jetzt tun? So, more. Noch mehr dazu? What are the unanswered questions within the movement? Was sind die unbeantworteten Fragen in der Bewegung? Also, was sind die unbeantworteten Fragen in der Bewegung? No one has questions? Hat niemand Fragen? Besides now the investigative judgment? Neben dem Untersuchungsgericht? Gabriela? Gabriela? Another thing that I was thinking now is that we really know what sexism is. Eine andere Sache ist, über die ich nachdenke, ist, dass wir wirklich wissen, was sexismus ist. Also, was ist sexismus? One would think, after four years, Also, normalerweise würde man denken, nach vier Jahren, we would know now, what is sexism. Würden wir jetzt langsam wissen, was sexismus ist. But, if you think about it and approach it in a complex way, Aber, wenn du darüber nachdenkst und in einer komplexen Art und Weise denkst, A problem which is 6,000 years old, Dann ein Problem, das 6,000 Jahre alt ist, And has so much deepened into our culture, And so tief in unserer Kultur verwurzelt ist, Has impressed itself so much into our culture, sorry. Oder, ja, so sehr es sich in unsere Kultur eingedrungen ist, It takes time. Es braucht Zeit. Maybe four years are not enough. Vielleicht sind vier Jahre nicht genug. As recently Parminder said, Wie es Parminder vor kurzem gesagt hat, Turning a big ship takes a long time. Ein großes Schiff umzudrehen braucht eine lange Zeit And much effort Und auch viel Bemühungen, Anstrengungen So, I think that's a very valid question. Ich denke, das ist eine sehr valide Frage. Mo Mehr Matthias Matthias La temática de género So, the topic of gender Das Thema des Geschlechts Ich weiß nicht, ob es alles antwortet hat, Aber ich denke, dass Gott keine género hat. Wir sind nicht die imagen von Gott. Wie sieht es aus uns? So, ich bin nicht sicher, ob alles antwortet wurde, Aber ich denke, dass Gott keine género hat And we are created in the image of God. So, how does it actually look? Also, ich weiß nicht, ob es schon alle Fragen gestellt wurden, Aber meine Frage war eigentlich, Wenn Gott kein Geschlecht hat, Wenn Gott kein Geschlecht hat, Und wie sieht das denn aus mit uns? Ja. Und ich denke, dass die Menschen transgenere Und ich denke, dass du auch über transgenere Leute nachdenkst. Und dann würde ich auch über transgenere Leute nachdenken. Okay, you have two, You think of two questions. Also, dann hast du hier zwei Fragen. How could we phrase the first one? Wie könnten wir den ersten in Worte fassen? Is Gott a man? Ist Gott ein Mann? Would that summarize the topic for you? Würde das das Thema für dich zusammenfassen? Or what is the gender of God? Oder was ist das Geschlecht Gottes? Qual ist unser Gênero? What is our Gênero? Was ist unser Geschlecht? Weil wir sagen, dass Gott kein Geschlecht hat. Weil ich habe verstanden, dass Gott kein Geschlecht hat. Was ist unser Gênero? Also, das ist in Bezug auf den Apisch hier und die Formulierung. Also, was ist die Frage, was ist unser Geschlecht? So, dann schreibe ich hin, was ist unser Geschlecht? Das würde das Thema der Transpersonen noch mit einbeziehen. Ich weiß, dass viele Leute noch damit Schwierigkeit haben, zu wissen, wieso kann ich Gott nicht Vater nennen? Ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist, aber ist es okay, dass du es auf die Tafel schreibe? Gabriel? 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 Yes, I think with this comes the whole, like how should we pray and these language difficulties that we have in several languages, some are more neutral, some are less neutral. Also, ja, ich glaube, da kommt die ganze Frage mit sich, wie betet man? Und auch diese geschlechtsneutrale Sprache, je nach Sprache ist es vielleicht etwas komplizierter. Also, write down, what is God's gender? Also, dann schreibe ich hin, was ist Gottes Geschlecht? Okay. Also, ich denke, Gabriel hat gerade zwei Hinweise gegeben zu den nächsten zwei Fragen. Also, was sind die Fragen? Schreibe ich hier nochmal hin? Wer ist das Nächste dran? Hat jemand seine Hand oben? Alin sagt, ich höreche mit Gabriel überein, wie sieht die Anbetung aus? Also, wie sieht Anbetung aus? Ich denke, das können wir zum Sabbat sehen. Und auch, wie man seine Nächsten anbetet. Also, Sabbat. Wie soll man anbeten? Gibt es noch mehr Fragen? Gibt es noch mehr Fragen? Think about thoughts and questions and problems people maybe have come up to you in the last four years. Dann denkt mal über Fragen oder Probleme nach, die mit Leuten, die Leute bedenken. So, Isabelle sagt, how does worship look like with my relatives that are not in the group? Also, denkt über Fragen nach, mit denen Leute in letzter Zeit zu euch gekommen sind und jemand hatte eine Frage. Wie sieht die Anbetung aus mit meinen Verwandten, nicht in der Gruppe hier, in der Bewegung? Ich denke, das ist auch eine gute Frage. Isabel, du kannst mir antworten. Will that fit into the box, how do I worship my neighbors? Würde das in die Box reinpassen, wie ich meinen Nächsten anbete? Like family members? Wie zum Beispiel Familienmitglieder? Nächsten oder Familienmitglieder? Familienmitglieder, die vielleicht sogar Adventisten sind, aber nicht in dieser Bewegung sind. So, how do I do this gap? Wie mache ich nun diese Trennung? Oder wie löse ich dieses Problem? Isabel, you can come back again to me on that. Isabel, du kannst nochmal auf mich zurückkommen. How would you want me to put it on the board? Wie würdest du wollen, dass ich es auf die Tafel schreibe? The question or the situation you are describing. Die Frage oder die Situation, die du hier beschreibst. Like you said last time. Wie du es zuletzt gesagt hast. I'm thinking of putting it in like where we can put it on the board. Ich denke darüber nach, wie wir es hier auf die Tafel schreiben können. Wie würdest du Итак sein? Wie würdest du Ferm pardon? Keine... Was würdest du sagen? Ich verstehe. Ich glaube, was sie. Wie würdest du�bleere Ansини? Wie würdest du relativlich sein? Wie würdest du� flankieren? Wie würdest du SENика beugen? Wie würdest du anderen Menschenreassen Sí? Also wie funktionieren Beziehungen und wie tue ich mich mit anderen verbinden, sozusagen? Wie wäre es damit, wie tut man sich mit Verwandten und SDA-Leuten verbinden? Akzeptierst du das? Okay. Gut. How to relate to relatives? Also wie soll man sich mit Verwandten? Slash SDA. Schrägstich SDA-Leuten verbinden. Raquel sagt, how does equality in practice really look like, focusing on heaven like? Also wie sieht die Gleichberechtigung praktisch aus, wenn wir uns auf den Himmel fokussieren? Wie sieht die Gleichberechtigung in einem alltäglichen Leben aus? Also Gleichberechtigung im täglichen Leben. Gabriela? Gabriela? I'm making away these question marks again, because they're all questions. Ich mag diese Fragezeichen wieder weg, weil es alle Fragen sind. Also wir sprechen auch sehr viel über die falsche Freiheit. Aber ich bin mir nicht sicher, wie wir auch zeigen können, was das bedeutet. Ich glaube, es geht noch viel tiefer als zu sagen, was man essen kann und was man anziehen kann. Und ich denke, es geht noch tiefer als das. The subject of false liberty. Also dieses Thema der falschen Freiheit. Was die Leute normalerweise zu den Reformen nehmen und wie diese gehalten werden. Und jetzt sagst du, es ist nicht genug. Ich denke, die Frage geht noch tiefer. Also es geht um falsche Freiheit. Hat irgendjemand eine Idee, können wir Gabriela folgen? Wie geht die Frage noch tiefer? Also es gibt ein Online-Kommentar, aber es ist nicht in Verbindung mit dem, was Gabriela ist. Wie gesagt hat, deswegen habe ich es noch nicht angefangen zu teilen, diesen Online-Kommentar. Ist es okay, wenn wir hier einfach mal Reformen hinschreiben zuerst? Als eine Frage. Ja? Ja, ist es in Ordnung? Wie müssen wir die Reformen einhalten? Was wären denn die Reformen? Ich würde sagen, sie sind unsere Taufgelübte. Ich würde sagen, sie sind unsere Taufgelübte. Es ist die Natur des Menschen. Also der Sabbat, diese Taufgelübte lernen uns über Sabbat, wie wir essen sollen, über Kleidung, über Unterhaltung. Unterhaltung. As moral things and we make it less important for some reason. Also alle die moralen Sachen machen wir zu einem weniger wichtigeren Thema irgendwie. Also die moralen Sachen. Also wir haben bereits den Sabbat hier auf der Tafel. Also wir haben bereits den Sabbat hier auf der Tafel. Dann haben oftmals Leute auch noch Probleme mit dem Essen. Und ich denke, was auch noch ein Teil davon ist, ist, Landleben. We keep forgetting about that, but I think it's part of the reforms, but maybe it's not causing so many troubles. Also ich denke, es ist Teil der Reformen, aber dies verursacht vielleicht nicht so viele Probleme. So, when I think about it, these seem to be the questions. Also wenn ich darüber nachdenke, scheinen dies die Fragen zu sein. And I think what you're looking for is not necessarily what is the unanswered question, but what is actually the problem from false liberty. Also und du denkst nicht unbedingt darüber nach, was die, für die unbeantworteten Fragen, sondern was ist die, 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 was ist die Wurzel, that are naturally occurring, maybe I can add to. Also, Jacinda sagt, wie gehen wir mit den Ungleichheiten um, die natürlich vorkommen, vielleicht kann ich noch hinzufügen. So, um, that's also good. Also das ist ebenfalls gut. And I think it goes into maybe this box, equality in day-to-day life. Und es geht vielleicht in diese Box hier, Gleichberechtigung im alltäglichen Leben. Und was ist der Sexismus? What should we add to here, maybe? Was sollten wir hier noch vielleicht hinzufügen? Is, what is nationalism? Ist, was ist der Nationalismus? Racism und Homophobia. Rassismus und Homophobie. Because I think they're in one boat. Ich denke, sie sind in einem boat. And then, uh, inequalities happen. Und dann passieren Ungleichheiten. It's just because it's our culture. Das ist einfach wegen unserer Kultur. And then, how do you deal with that? Und dann, wie geht man damit um? I hope that was fair enough for you, Justina. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich, Justina. Katja sagt, Is there really no hope for most SDAs in the world? Gibt es wirklich keine Hoffnung für die meisten SDAs und die Welt? Referring to Elder Parmento's last presentation, when he was comparing the world and SDA with the story of Noah. Ich beziehe mich auf den letzten Vortrag von Edison Parmento, als er die Welt und die SDA mit der Geschichte von Noah verglich, die Arche wäre nicht genug groß gewesen, damit alle hineinpassen. Also, die Arche wäre nicht groß genug gewesen, dass alle hineinpassen. I guess, uh, since it's his study, he would have to answer that. Also, ich denke, weil es sein Studium ist, muss er es auch beantworten. Aber ich glaube, diese Frage wird nochmal bestätigen, was wir eigentlich hingeschrieben haben. Unser Problem ist, wie wir mit den Leviten und Tempeldienern das Thema sehen. Aber vielleicht müssen wir noch einen kleinen Punkt da hinzufügen. Mit wem haben wir da eigentlich ein Problem? Spezifisch, wenn es zu Arche kommt. Do we struggle with Noah? Haben wir ein Problem mit Noah? Maybe he didn't do his job good enough. Vielleicht hat er seine Arbeit nicht gut genug gemacht. Maybe his sermons were not well done. Aber vielleicht waren seine Predigten nicht wirklich gut. Do we struggle with the Nephenims, who were too stubborn to come in? Sind wir vielleicht sauer auf die Tempeldiener, weil sie zu faul waren, um hineinzukommen? Or do we struggle with God? Oder haben wir ein Problem mit Gott? Because eventually, who made the plans for the ark? Denn wer hat eigentlich die Pflanzen gemacht für die Arche? Es war nicht Noah. Es war Gott. So I think we're heading in a direction where, as Adventists, we dare not to go. Also ich denke, wir gehen in eine Richtung, wo Authentisten sich nicht hingetrauen. Und wir getrauen uns nicht darüber zu sprechen. Aber mit etwas, das wir bereits vertraut hätten werden sollen in dieser Bewegung. Und das ist, dass unsere Ansicht über Gott sich verändert. Und vielleicht ist er, oh nein, Entschuldigung, ich sollte das Wort er nicht benutzen. Vielleicht ist er nicht, vielleicht ist er nicht die Person, vielleicht ist diese Person, vielleicht ist Gott anders. Vielleicht ist er nicht so fair und gerecht, wie wir es zuerst gedacht haben. In unseren Augen. Und ich denke, wir haben sehr viele Probleme damit. Also ich habe keine Antwort darauf und das gebe ich auch zu. Ich habe einfach beobachten und vielleicht habe den Mut, es zu sagen. Wir haben Probleme mit unserer Ansicht über Gott. Welches wir bereits hier haben. Wir haben Probleme mit Gott. Was ist Gottes Geschlecht? Was ist Gottes Geschlecht? Wie sieht Gott aus? Also wie ist Gott? Was ist der Charakter? Was ist der Charakter? Of Gott? Von Gott. Gabriel. Gabriel. I think my comment would be redundant. I just was going to say our sense of God's justice. Oh, okay. Sorry. Also ich wollte einfach sagen, ein Sinn von Gott ist gerecht. Gericht? Aber ich denke, es ist nicht redundant. Aber ich denke, es ist nicht redundant. I think it's good to add. What is the character and justice of God like? Was ist der Charakter und Gottes Gericht? Wie sieht das aus? Gibt es noch etwas weiteres? Any more questions we could think of what we have in the movement? Gibt es irgendwelche weitere Fragen, die wir in der Bewegung haben? Ich kann nicht mehr über das andere sagen, nothing. Gabriela? Gabriel? I think we used to point out that the Jews had to renew to the fact that there was a third person within the Godhead. Also ich glaube, für die Juden war es eine neue Sache, dass Gott ein Teil der Gottheit war, oder der Dreieinigkeit. And based on that, we would say, we concluded that there had to be some change in our time as well. Und grundlegend darauf haben wir gesagt, dass es auch in unserer Zeit eine Veränderung braucht. So maybe this just fits into this whole question about what's already on the board. Und vielleicht passt das einfach zur Frage jetzt dem, was bereits auf der Tafel steht. Dass wir Gott besser kennenlernen, oder anders. Was ich sage, wenn man eine dritte Person hinzufügt, dass es ziemlich direkt ist. Aber wir wissen schon seit einer gewissen Weile, dass Gott kein Geschlecht hat. Aber wir nennen ihn immer noch Vater, etc. And maybe it's just overdue that we come to terms how to actually find a better language to refer ourselves to God. Aber vielleicht wird es einfach höchste Zeit, dass wir eine andere Sprache finden, um über Gott oder mit Gott zu reden. Thank you. Danke. And I think, maybe that's not fully what he meant, but I think that's another point. Language. Und ich denke, das ist vielleicht nicht ganz das, was er gemeint hat, aber ein weiterer Punkt ist die Sprache. We struggle with language. Wir haben ein Problem mit der Sprache. Wenn wir uns auf Gott beziehen. Aber wir haben auch Probleme zu sprechen. Wie sieht genderneutrale Sprache aus? Sollten wir sie benutzen? Und wenn ja, wie? Und es dann anzunehmen ist ziemlich schwer. So, I think language is a good thing, Gabriel. Also, ich denke, Sprache ist eine gute Sache, Gabriel. In connection to that, to language. In Verbindung zur Sprache. I think we could say that changes in language, they take a certain time. They can take a generation or two. Or even much longer. And they hardly are successful when you impose these changes just by, let's say, by official decision. Und es ist sogar noch schwerer, wenn man einfach mit einer offiziellen Entscheidung dies noch aufdrückt, sozusagen. So, and yet there we are, trying to adapt as quickly as possible, but we know that these processes, they take time. Aber, und doch sind wir da und versuchen diesen Prozess so schnell wie möglich zu verarbeiten, aber wir wissen, dass dieser Prozess auch Zeit braucht. Yeah, thank you. Yeah, danke. And some languages seem easier and some worse. Manche Sprachen scheinen einfacher zu sein und manche Sprachen schwieriger. Und in manchen Sprachen, wenn man die Sprache verändert, dann fängt man an, Leute sozusagen an, persönlich anzugreifen. Also, es ist eine Herausforderung oder ein Problem. Eine Sache, die ich immer noch darüber nachdenke, ist, was wir auch noch für ein Problem haben, ist das Gebet. Ich denke, in den letzten vier Jahren, people struggle, at least many, have struggled, how to pray. Haben viele Leute ein Problem damit gehabt, wie man beten soll? Do we still need to pray? Does it have an effect? Müssen wir immer noch beten? Hat es eine Auswirkung? Und ich denke, das kommt sehr viel von diesem Thema, dass man seinen Nächsten anbietet. Baba. Baba. Ich denke, die andere Frage wäre, ob Panion schon übergebracht hat oder nicht. Ich glaube, eine andere Frage wäre, ob Panion schon übergebracht hat oder nicht. Ich glaube, eine andere Frage wäre, ob Panion schon vorbei ist oder noch nicht. So, that's another good one. Das ist eine weitere gute Frage. What's about Panion? Was ist mit Panion? So, where are we? Wo befinden wir uns? How far are we into our line? Wie weit sind wir schon in unserer Linie fortgeschritten? So, it's even a bit beyond Panion. Es ist sogar, sogar ein bisschen nach Panion. Wir wissen, dass Panion Exeter ist. For the Sunday Law. Für das Sonntagsgesetz. Wo ist das Zeitelement? Panion is a new dispensation. Panion ist eine neue Dispensation. Are we at Boston, Concord and Exeter? Aber wir hatten bei Boston, Concord und Exeter. For the dispensation of Panion to the Sunday Law. Für die Dispensation von Panion bis zum Sonntagsgesetz. Also, da war jetzt sehr viel Ruhe. We haven't understood. Wir haben es noch nicht verstanden. Und das ist ebenfalls eine Frage, die unbeantwortet ist. Eine andere Frage, die wir haben, oder ein anderes Problem, das wir haben, ist, how do we relate to the STA as a church? Wie verbinden wir uns mit der STA als eine Gemeinde? We have this personal tie to the Adventist church. Also, wir haben diese persönliche Verbindung zur Gemeinde. Relatives there, or we have family there, friends there. Wir haben Familie dort, Freunde dort. Maybe we go every Sabbath to to a local church. Vielleicht gehen wir auch jeden Sabbath zu einer lokalen Gemeinde. And then knowing that on the lines we have this clear separation between the movement and the STA church. Und zu wissen, dass wir auf der Linie diese klare Trennung haben zwischen der STA-Gemeinde und der Bewegung. I think it causes a struggle within people. Dies verursacht ebenfalls ein Problem in den Leuten. Because people love the church. Weil Leute lieben die Gemeinde. And not even for bad reasons. Not for selfish reasons. Und es geht nicht mal um selbstsüchtige Gründe. So I think I'm just acknowledging that there is a struggle. Also ich tue einfach hier anerkennen, dass es ein Problem gibt. Maybe I could call it also to let go of the STA church. Vielleicht könnte ich es auch so benennen, dass wir loslassen, die Erdvendengemeinde loslassen. So we had a couple more comments. Wir hatten noch ein paar weitere Kommentare online. So Raquel says, what about Catherine? What about what Catherine said, that Panium ended before February 2020 the beginning of the invasion of the Ukraine? Also was ist mit der Aussage von Catherine, dass Panium vor dem 24. Februar 2022 der Beginn der Invasion in der Ukraine endet? Now Raquel says, and Parminder was there. Und jetzt sagt sie, Raquel und Parminder war auch dort. What does that mean? Was bedeutet das? Was he there at the invasion? War er dort bei der Invasion? Or was he there when Catherine spoke? Oder war er dort, als Catherine gesprochen hat? And what does that mean when Parminder was there when Catherine spoke? Was bedeutet das, wenn Parminder dort war, als Catherine gesprochen hat? Just a thought. Nur ein Gedanke. So, people can go and watch Catherine's class. Leute können hingehen und Catherine's class anschauen. So, Carla restated her question. Carla hat ihre Frage nochmal neu formuliert. Let's see, can you translate for me? Könnt ihr versuchen zu übersetzen für mich? In English, yes. So, how does the investigative judgment work? The only cases to be considered will be those of the professed people of God in according to the great controversy? see? Also, wie funktioniert das untersuchungsgerecht? Sind die einzelnen Fälle, die in Betracht gezogen werden, wirklich die des bekennenden Volkes Gottes gemäß dem Text des großen Kampfes? Bevor wir zurück zu dieser Frage gehen, erwähnen wir noch kurz, was Katja gesagt hat. ein Problem ist, dass Elder Tess nicht da ist, wird sie zurückkommen, das ist keine Frage an dich, Tamina, aber ich weiß, dass wir in unserer Gruppe diese Frage oft stellen. Ich denke, für uns in der Klasse, ich denke, es ist fair, zu akknowlen, diese Frage ist. Also, ich denke, für uns hier in der Unterrichtsstunde ist es gut, dass wir anerkennen, dass dies eine Frage ist. Da war jetzt Ruhe seit ungefähr einem Jahr. Vespers ist schon ein Jahr her. So, es ist fair zu sagen, was passiert als nächstes, wo gehen wir als nächstes hin? das ist etwas, das wir einfach anerkennen. Und ich weiß, dass viele Leute entmutigt sind, dass es da keine Information gibt. mit einer persönlichen Anmerkung möchte ich Leute einfach ermutigen. Wir haben es bereits ausgewischt. die Linie der 144.000, die wir oben hatten, bereits ausgewischt. Aber ich habe gezeigt, wie der Herr uns die letzten 30 Jahre geführt hat. er hat uns geholfen in jeder Krise, jeder Trennung. er gab immer zur richtigen Zeit das richtige Licht. auch wenn wir unsicher zurückgelassen werden, wissen wir, dass wir immer noch geführt werden. Und wenn es die richtige Zeit ist, Gott wird weitermachen. Wir werden Licht erhalten. egal, wie wir weitermachen und was passieren wird, und was immer passieren wird, sollten wir ermutigt sein, uns an den Linien festzuhalten und dass wir zusammenhalten. Zurück zur Frage über dieses Untersuchungsgericht. Also eigentlich ist die Frage, die folgt, dass es da eine Aussage gibt, ich glaube, Carla sagt, im großen Kampf, aber es ist ein sehr bekannter Kommentar von Ellen White, dass nur die Leute gerichtet werden im Untersuchungsgericht, die gesagt haben, dass sie zum Namen von Jesus Christus gehören. So I think Carla has given us the quote, it's Great Controversy, page 480, paragraph 1. Also ich glaube, Carla hat uns das Zitat gegeben, es ist großer Kampf, 480, paragraph 1 im Englischen. Ich lese noch den letzten Satz. So in the great day of the final atonement and investigative judgment, the only case is considered at those of the professed people of God. Am großen Tag der endgültigen Versöhnung und des Untersuchungsgerichtes werden also nur die Fälle des bekennenden Volkes Gottes berücksichtigt. Also das Problem, das wir haben, ist that our line was not supposed to exist. Dass unsere Linie eigentlich nicht existieren hätte sollen. If you remember, we have 1844. Wenn wir uns erinnern, wir haben die 1844, the dead starts here. Also 1844, das Gericht an den Toten beginnt. And Ellen White says, the judgment of the living will start soon, but no one knows how soon. Und sie sagt, das Gericht an den Lebenden beginnt bald, aber niemand weiß wie bald. But I think it was in the late 50s or in the beginning of the 60s. Aber ich glaube, es war in den späten 50er Jahren oder in den 60er Jahren. Some kind of inspiration that she sees people who will see Christ alive coming back. Haben sie, hat sie so eine Erfahrung gehabt, wo sie Leute sieht, die Christus wiederkommen sehen, und zwar, wenn sie lebend sind. So Ellen White was certain that the judgment of the living would take place in her time. Also er war sich Ellen White darüber sicher, dass das Gericht an den Lebenden zu ihrer Zeit passiert. Aber wir wissen, dass die Gemeinde in einen laudizianischen Zustand eingegangen ist. Und das Gericht wird verzögert. Und es wird verzögert oder verspätet bis zu unserer Zeitlinie. Und jetzt haben wir das Problem, mit dem wir umgegangen sind am Anfang dieser Schule. Wer ist das Interne? External ist easy, the world. Extern ist einfach, es ist die Welt. Aber wer ist das Interne? because here we are with the Adventist church and the movement. Aber wer ist das Interne? Wer sind wir als Adventisten und die Bewegung? And both of us have been baptized into this movement have been baptized to the SDA church. und Leute, die in diese Bewegung getauft werden sind, sind von der SDA Gemeinde getauft worden. Aber wenn wir uns erinnern, dann hatten sie in Christi Zeit das gleiche Problem. You were circumcised Du wurdest beschnitten but circumcision was not any longer good enough. Aber die Beschneidung war nicht mehr gut genug. You had to be baptized Man musste getauft werden into the Christian church in die christliche Gemeinde. So when you go back to the timeline of Christ und wenn wir zurückgehen zur Zeitlinie von Christi Who would have been those who would have claimed to belong to Jesus? Wer wären diejenigen gewesen, die sich an Christus festgehalten haben? Die in diesen Bundesbeziehungen mit ihm waren. It was not any longer the Jews anymore. Es waren nicht mehr die Juden. It was the Christians. Es waren die Christen. Therefore circumcision was not enough. You had to be baptized. Und somit war die Beschneidung nicht gut genug. Man musste sich taufen lassen. And it's similar in our timeline Und es ist sehr ähnlich in unserer Zeitlinie. Baptism in the Adventist church will not save you any longer. Die Taufe in der Advent-Gemeinde wird dich nicht mehr erretten oder erlösen. So if we remember, we reminded ourselves we read the quote. Wenn wir uns daran erinnern, wir haben das Zitat gelesen. Baptism is the entrance to the kingdom of God. Die Taufe ist der Eingang zum Königreich Gottes. Remember, investigative judgment is to judge the righteous. Erinnert euch, das Untersuchungsgericht ist für da die Gerechten zu richten. Baptism gives you the title to enter heaven. Und die Taufe gibt ihr den Titel, um in den Himmel reinzukommen. Also wenn wir zu unserem Zeitalter kommen und wir realisieren, dass wir Leute in diese Bewegung taufen müssen, dann tun wir diesem Fakt übereinstimmen, dass wenn man sich reintaucht in die Aschentgemeinde, dass das nicht mehr den Titel dir gibt, um in den Himmel zu kommen. Es ist nicht mehr das Zeichen, um in Gottes Königreich einzugehen. Wenn es so wäre, dann wäre es nicht nötig, dass man in diese Bewegung getauft wird. Aber durch die Linien und indem wir die Prophetie verstehen, wissen wir, dass es wichtig ist, dass wir uns in diese Bewegung taufen, wenn du in das Königreich Gottes eingehen möchtest. Und wenn du diesen Titel erhalten möchtest, dass du in den Himmel gehen kannst. Also wenn es um das Untersuchungsgericht geht, Parminder hat ein sehr langes Studium darüber gemacht, ein paar Jahre zuvor. Dann haben wir das damals an 9-11 am 1. September markiert und unser Verständnis ist gewachsen. Und jetzt wissen wir, dass es 2014 angefangen hat. Also wenn das Untersuchungsgericht anfängt, only the people who go and walk under the banner of God can be judged, dann können nur die Leute, die unter dem Banner Gottes stehen, gerichtet werden. The righteous will be judged, not the wicked. Nur die Gerechten werden gerichtet werden, nicht die Bösen. So for me, that would answer it's people who have been baptized into this movement. Also für mich würde das die Antwort geben, dass es darum geht, um die Leute, die in diese Bewegung getauft worden sind. Because the baptism of the SDA church is no longer any valid. Weil die Taufe der SDA Gemeinde ist nicht mehr gültig. Carla, does this help you? Carla, hilf dir das. If she's not there, something, maybe you can give feedback to some of the leaders here. Also wenn du, she thinks, also sie ist am Nachdenken. For the sake of time, we will end class now. Also wegen der Zeit werden wir jetzt den Unterricht beenden. And we will continue tomorrow. Und wir werden morgen weiter machen. Just for you, Carla, if you have a further question. Und nur für dich, Carla, wenn du noch eine weitere Frage hast. To whom shall she direct it? Please direct your question to Gabriela. Dann bitte sende deine Frage an Gabriela. And then we can in class talk further about it. Und dann können wir im Unterricht weiter darüber sprechen. So let's pray. Lass uns beten. Almighty God, allmächtiger Gott, thank you that we can look upon the subjects, danke, dass wir uns die Themen anschauen können, where we struggle, wo wir Probleme haben, where we don't know what to think of, wo wir nicht wissen, worüber wir nachdenken sollen, was richtig und was falsch ist. But we know the midnight cry brought up these questions, dass der Mitternachtshof diese Fragen aufgebracht hat. We will also find the answers. Dann werden wir auch die Antworten finden. In the storm we are in, in dem Sturm, in dem wir uns befinden, help us to stick to the lines, dann hilf uns, an den Linien festzuhalten, not give up, und dass wir nicht aufgeben, and be faithful workers, und treue Arbeiter sind, workers on our, workers which work on their character, Arbeiter, die an ihrem Charakter arbeiten, to be a better, to be a better example of your character, um ein besseres Beispiel sein von deinem Charakter. We want to put this night's rest now in your hands, wir möchten diese Nacht nun in deine Hände legen, und bless every single one. Und bitte segne jeden Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen. Amen.